Leni Klum mit Freund Ares auf Shopping-Tour Leni teilt Foto von Freund Ares dunkelblonde Locken, ein smartes Lächeln, das von der Sonne geblendet in die Kamera schaut. In ihn hat sich Heidi Klums, 47, Tochter Leni, 16. Ihren Freund Ares Rachewski hat sie zuvor schon am Valentinstag präsentiert und allen gezeigt, wie glücklich sie mit ihm ist. Jetzt lässt sie ihre Instagram-Community am Bärchenalltag bei Teilhaben und zeigt ihm zum ersten Mal in Vollheit den Purs und seinen Lässig-Look gibt's im Video. Gemeinsames Hobby, ein gemeinsames Hobby, das die beiden offenbar teilen, ist das Shop als Nachwuchsmodell. Leni Klum, ja ohnehin ein Puls der Modezeit und auch Feind Ares tut es offenbar seiner Freundin der Schlappschuss, den Leni von ihrem ebenso prominenten Schatz postet, zeigt den Teenager nämlich mit Shopping-Tour in der Hand in einem lässigen weißen Schal mit knalleiger roter Hose und klassischen Sneakern. Vermutlich ist das Bild auf den Straßen von Los Angeles entstanden, dem Wohnort der Klo und dort tigern sie, mit Maske, als Bärchen durch die Straßen und genießen ihre Teenie-Liebe. Und mit der scheinen es beide ernst zu meinen, schon vor etwa einem Jahr tauchte Leni in Ares Instagram-Store. Wir wünschen dem jungen Paar jedenfalls Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018